Willkommen! Heute habe ich ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie. Und zwar habe ich eine Eckbank Lounge von Willi Schillig in Büffelleder. Für Sie Grafit. Das ist ein Grauton, sehr angenehm, sehr warm. Und zwar in der Kombination links 2,69 Meter und rechts 2,14 Meter. Ideal für einen Tisch mit 1 auf 1,80 Meter oder 2 Meter. Dieser ist jetzt 2 Meter. Nun, was gibt es zu sagen? Auf Lounge sitzen Sie nicht wie auf einer Eckbank, sondern Sie sitzen wie auf einem Sofa. Sie haben hier eine weiche Sitzmatte, einen soften Sitz auf festem Gestell. Für diese Eckbank zahlen Sie im Fachhandel sicherlich um die 3.000 Euro. Bei uns wesentlich weniger. Das Stück ist deshalb reduziert, weil es ein Messestück ist. Also wurde genau so vorgestellt, auf einer Verbandsmesse wahrscheinlich. Das ist eine Variante. Das hat die Nummer 55. Es gibt verschiedene Varianten für die verschiedenen Verbände, weil jeder will was Exklusives. Grundgestell und Sitzkomfort ist immer gleich. Und auch das Büffelleder ist natürlich ideal geeignet für eine Eckbank, weil pflegeleicht, hydrophob, das heißt wasserabweisend und auch männergeeignet. Und ideal für viele Jahre Spaß am Sitzen. Wenn Sie also eine bequeme, große Eckbank suchen, für einen massiven Holztisch zum Beispiel, wie wir ihn hier dazu gestellt haben, in Eiche auf Grau gebeizt. Und dann habe ich den Tipp Launch für Sie. Wir haben im gleichen Leder auch noch separat zu bieten, zwei Stuhlsessel. Vielleicht wollen Sie die dazu kaufen. Schauen Sie auch hier unter dem Begriff Launch. Und Sie werden auch die zwei Stuhlsessel finden in unserem Webshop. Das ist eine wirklich ganz, ganz spezielle Sache. Launch als Eckbank habe ich zum ersten Mal, zum einzigen Mal, Bär schnappt zu Sinn. Sieh das, ich würde mich freuen. Und Tschüss.